Ach, der! Doch, ey, das wär doch geil als Tier. Aber jetzt schon? Alter, ich bin gleich tot. Geh weg. Ähm. Ich hab ihn angeschossen. Ja, mach ihn kaputt. Jetzt greift er dich an. Nein! Nein! Na, warum schießt meiner gerade nicht? Der lebt nicht nach. Glück haben wir in der Kuschel-Ecke respawn. Das Bett heißt nämlich Kuschel-Ecke. Ich muss da jetzt ganz schnell wieder hoch mein Zeug wiederholen. Das ist ja das Coole, wenn man stirbt und weiß, wo es war. Dann kriegt man es. Alter, wie schnell er läuft, ohne dass man was hat. Habt ihr ihn jetzt endlich mal tot? Nee, ich versuch da gerade verzweifelt, ihn niederzuhar... äh... zu schießen. So, jetzt ist er gerade... Was, killt? Warum ist er denn tot? Ich hab ihn doch eigentlich bewusstlos geschossen. Ach, jetzt kann man das luden. Guck mal, jetzt kann man das luden. Jetzt ist da so'n Ding. Ach, Mann, oh, ich wollte den nur bewusstlos machen. Oh. So, jetzt kann man das luden und zwar... Ja, ich kann's luden. Und was haben wir drin? Ne Kiste und ein Bett und ne Standfackel und zwei Schilder. Oh, und dieses Backpulver, was ich herstellen kann. Ups. Jo, und dann fällt's zusammen. Alter, wo hat er mich umgebracht? Wisst ihr das noch? Ähm... Ja, ja, hier irgendwo. Irgendwo muss meine Leiche... Da liegt meine Leiche. Hier. Die sind ja mitgenommen aus. Ey, ich kann nicht drauf zugreifen. Warum? Ah, jetzt. Zieh ihn doch nicht weg. Der arme Kerl! Er vorsichtig hinter dir, Joe. Da ist so'n... Spucker. Lass den uns töten. Ich hab nur noch drei Schuss. Ach, mein Sperr war ja kaputt. Verdammt. Und was können wir jetzt mit deiner Leiche machen? Können wir die auch noch? Ey, mit meiner Schimpf, die liegt noch... Ne, die ist jetzt weg, oder? Ne, die trage ich nicht. Ne, die Leiche, die trägt da hier noch, der Joe. Ey, die können wir umbringen. Also kaputt hauen, dann kriegen wir Fleisch. Wow. Wo? Oh. Na, wer bist du denn? Okay, warte mal, dann hau ich ihn mal... Ey. Vielleicht block ich den ja an damit. Vielleicht ist das so'n Arzt. Ich will... Geh weg. So, jetzt. Au. So. Au. Lol. Und das hast du Fleisch bekommen? Ist der jetzt tot? Du hast mich mit einem Schlag bewusstlos geschlagen. Oh, du bist noch. Ich bin nicht tot. Ich bin nur bewusstlos. Er nimmt dich mit. Ja, zieh mal mich ins Haus rein. Ja. Wolf. Bis dir wieder besser geht. Naja, ich sag mal, wenn man sich meinen Charakter anguckt... Kein Wunder. Voll gepumpt. Das ist mir aber schon mal passiert. Da hab ich ein Dino. Oh. 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 Ich brauch jetzt erst mal was zu essen. Ich sterbe gleich. Kann man denn hier runterspringen oder schlüpfen? Ich würd's nicht machen, du stirbst glaub ich. Geh aber auch mal wieder zurück. Das Bett und so wegbringen. Oh, ich brauch auch Wasser. Meine Wasserflasche ist natürlich nicht gefüllt. Durch den Dschungel. Ich hab auch keine gefüllte. Hatte ich überhaupt eine hergestellt? Ne. Irgendwie. Doch. Hä? Ui, da sind wieder Dinos gespawnt und ein Dodo. Die Wasserflasche ist von Anfang an leer oder was? Level 2 und Level 18. Alter Falter. Sind das wieder? Das ist ein Weibchen und das hier. Das find ich voll geil. Die drei Hörner, die rennen immer in Paar. Genau, und die paaren sich und rennen als Paar auch rum. Ja, das ist ziemlich cool gemacht. Allgemein das ganze Kämpfen zwischen den Tieren ist auch ziemlich cool. Dass sie auch tatsächlich was machen und nicht nur sinnlos in der Gegend rumlaufen. Oh, das arme Tier. Von Dodo. Heute Abend gibt's Chicken, ne? Äh, Dodo. Ja. So. Können wir die ganzen Bären wieder mitnehmen? Ich lauf jetzt erstmal zum Haus zurück und entleere mich erstmal. Also, mein Zeug ins Lager. Hab ich auch vor, weil... Entleeren kann ich mich jetzt erstmal. So. Wo ist es hin? Ah, da. Ah, erstmal Sachen auch anlegen. Mal Dünger. Ich hab ja meine Sachen wiedergeholt. Finde ich aber echt cool, dass du noch zwei Minuten Zeit hast, die wiederzuholen. Wo ist mein Hut hin? Achso, der Hut, der Hut wird nicht wieder ge... hingestellt. Boah, die Hut, die Hut. Achso, du meinst diesen Special Hut, ne? Jo. Ich wollte doch... Oh, trinken. Ich wollte trinken. Ah. Meiner kommt mir gerade so schnell vor. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Äh, hast du Laufgeschwindigkeit hoch gemacht? Speedhack. Ne, eigentlich nicht. Speedhack. Genau. Oh, meine Art Hunger. Weil ich halt kaum was trage. Wir tauchen nochmal. Ich liebe diese Unterwassersicht, oder? Die ist doch einfach echt geil gemacht. Jetzt tauch doch mal. Ah, hier ist es noch zu flach. Okay, ich geh wieder zurück. Ah, wobei, die backen ein bisschen rum. Also bei mir jedenfalls. Ja, also wenn du zu weit oben schwimmst. Ja, genau. Welches Level hat er hier? Zwölf. Oh Gott, Jo, du siehst so schrecklich aus mit deinem Vorbau. Was? Kann ich ja leider nicht halb person. Doch, du kannst auf K. Was, auf K? Ja, auf K. Haha, oh schatzi. Mookie Man. Er hat meine olle ne Bar. Wer weiß das schon. Ich weiß ja nicht mal, ich bin mir nicht mehr sicher, ob du wirklich ne Frau bist. Auf jeden Fall ne Lilliputanerin. Ich glaub, die hat nen Bar. Das ist wie bei den Zwergen, ne? Da weißt du auch nicht, wer die Frau ist. Ja, auf jeden. So, ich backe jetzt erstmal, hätte ich fast gesagt, ich koche jetzt mir erstmal was. Braten. Ach, du machst schon. Ist ja schön. Da kannst du einfach dazulegen. Ich hab nur ein Stück Fleisch gehabt. Äh, ja. Äh, jetzt bin ich ohnmächtig. Hast du mich schon wieder gehauen? Nee, hast du schwarze Bären, oder? Äh, nee. Ah, ich, ah, es kann sein, weil ich Hunger hab. Ich hab Hunger und Durst. Ich war grad im Wasser und mein Wasser ist schon wieder runter. Wie geht das denn? Hm. Vielleicht, weil du am... Äh, nein, ich wollte doch zum Feuer. Zieh mich nicht weg. Oder schieb mich zum Wasser. Das, das wär gut. Ah, oder so. Ähm, ich muss jetzt dringend was machen, weil... Sonst verrecke ich hier noch. Ah, jetzt hab ich die Wasserflasche voll, so. Ganz schnell was essen. Aber der Dino, der schreit da so danach, dass man ihn tötet. Echt, ich hör keinen. Hahaha. Der rennt hier immer so provokant vor meiner Nase rum. Dann hau ihn. Schlag ihn um. Sieben, erst mal was essen. Ich führ hier grad mal mein... ...Inventar mit Bären auf. Ach, den meinst du? Ja, den kann man doch bestimmt auch zum Reiten nutzen, ne? Ach, die können wir aber umbringen. Warte mal, kann ich mir den Sperr machen? Ich brauch auf jeden Fall einen Sperr. Was brauch ich für einen Sperr? Wo ist denn der Sperr da? Du kannst Sperma machen. Sperr. Weil der rennt nur weg, der greift uns nicht an. Den kriegen wir auf jeden Fall tot, wenn ihr eure Zwillen rausholt und... Ich hab gerade keine Steine dabei, Moment. Ich muss mal unseren Vorrat von 100 Steinen, äh, etwas missbrauchen. Mit wem soll ich hier, ähm, beschießen? Ähm. Wen hier? Level 12, ja, genau. Aber lass mich auch erst mal ein paar Steinchen holen. Da brauchst du das ganze Fleisch her. Äh, ja, von deiner Leiche. Hab ich da reingelegt. Kannibalismus, weißt du noch? Die ganzen Muskeln. Ja, Muskelfleisch. Aber wir haben gar nicht mehr so viel Wood. Doch, draußen hab ich ganz viel reingelegt. Toll. 100 Stück oder so. Egal, das hab ich, weil ich brauch nämlich, ich will mir noch ein paar Sperre machen und dann töten wir den und haben auch wieder gut Fleisch. Na, kommst du nicht durch? Noch mehr Wood? Ich glaub, wir müssen das Haus hier mal ein bisschen ausbauen, das ist schrecklich hier. Wir stehen uns da gegenseitig im Weg. Wir sind klein, ja. Oh, ist aber... Also wollen wir den jetzt killen oder wollen wir ihn nur bewusstlos hauen? Oh, was kommt denn da? Ähm, also ich würd gerne mal ein Tier, ich würd gerne mal ein Tier zähmen. Allerdings brauchen wir die schwarzen, äh, Früchte dafür. Ich weiß nicht, ob wir genug davon haben. Dann musst du dann auch K.O. hauen und dann musst du die füttern mit irgendwas, oder? Genau, aber das Ding ist, du brauchst dann auch den Sattel dafür. Echt? Das geht auch ohne, oder nicht? Also das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass... Also, gut, wir müssen ihn ja nicht reiten. Wir können ihn ja auch von Anfang an erstmal besitzen, das geht ja auch. Hast auf jeden Fall mal so Dodos. Das wird schon aber auch lustig. So ne Dodo-Armee, die hinter dir herläuft. So, ich hab Sperre, vier Stück. Den sollten wir eigentlich kaputt kriegen. Ähm, haben wir irgendwo diese... schwarzen Bären, diese... Nee. Okay. Wo sind die denn? Nee, haben wir tatsächlich nicht mehr. Jo, dann, äh... Wir sollten auch mal die Kisten dann ordnen. Konntest du dann gerne machen. Wir schmeißen die dann einfach in irgendeine Kiste. Oh, was war das? Das war aber ein Mega-Jump gerade, wa? Ja. Alter, sind das Jump-Pack? Was sind das für welche? Boah, ich kann den Namen gar nicht lesen, weil das so hin und her wackelt. Ja, irgendwas mit P-T, ne? P-T... Ja. P-T-A-R-O-N oder so. So, den da. Hm? Wo war der da? Wo ist denn der? Das ist... Ähm, ja, ich... Ich zieh schon mal meine Zwille und Feuer. Oh, shit. Alter. Du! Gibt der weg, oder was? Der flüchtet, ja. Ja, er ist tot. Ach, der Stein ist nicht so weit geflogen. Toll, ich krieg nur Haut und kein Fleisch. Doch jetzt Fleisch. Ach, naja. Das war's schon. Dreimal. Oh, den Sperr kannst du wieder aufsammeln hier. Zack. Oh, ich muss wieder was essen. Sag mal, wie schnell... Kannst du behalten, den Sperr. Ich hab doch gerade... Hab ich den aufgesammelt? Denke schon. Oh, tatsächlich. Kannst du ruhig behalten. Jupp, dann kann ich mich auch verteidigen. So, dann muss ich meine Wasserflasche auffüllen und... Joe, brauchst du noch einen, willst du noch einen Sperr haben? Äh, ich bräuchte eine Wasserflasche, glaub ich. Kannst du die craften, oder soll ich dir welche? Eine. Craften. Guck mal rein. Ich kann gerade eine machen, warte, hab schon. Oh, ich kann wieder Level. Was nehm ich denn? So schnell? Wow. Nehm echt mal Damage. Zack. Und ich hab wieder 17 Punkte zum Aufwerten. Ich nehm auf jeden Fall, äh... Die Wasserleitung, hatte ich ja Bock. Gucken, wie die so funktioniert. Wobei das eine... Na, der Unterschied, das ist noch ne dickere, oder was? Hm, ich nehm mir auf jeden Fall erstmal die. Da haben wir noch 11 Punkte. Hm, ich überlege jetzt gerade... Das ist ein graber Sau. Ich meine, 4 Punkte verbraucher. Ne, lass ich erstmal. Oh, wir können Dings machen. Hm? Äh, äh... Ein Blumenbeet, also hier zum Anbauen. Oha. Boah, komm, das machen wir. Das ist zwar nur small, aber... Ja, doch, das machen wir. Zack. Und Joe, du wolltest hier die Dings haben. Wo bist du hin? Ja, ne Flasche, ich stehe. Ah, du stehst vor mir, okay. Warte, die Wasserflasche ist da, halt. Ich will die mal rausziehen, wie bei Minecraft. So. Jo, danke. Musst ins Wasser gehen und dann drücken, da wo du die hingelegt hast, auf Schnellwahl. Okay. Dann füllt er die auf. Ich weiß nicht, wenn ich will. Aber das hab ich auch gerade gemacht. So, dann sammle ich mal ein paar Früchte hier. Ich hab ja gleich wieder... Gleich wieder, äh... Sachen zu bauen. Da hab ich wieder zufällig hingekackt. Ey, das muss jetzt auch werden, wenn man Dings haben. Ein Beet. So, wir schauen mal, was wir alles bauen können. Wozu... Was baue ich denn für das Beet? Wo ist das Beet überhaupt hin? Sind die dann oben? Ja, hier ist es oben. Steine und Wood. Alter, ja, ein schön viel Wood. Aber du hast gesagt, hier draußen. Ja, in der, ähm, dritten Kiste von links. Jo. Und Stein. Na, warum kann ich das jetzt nicht absammeln hier? Ah, jetzt. Boah, hier ist auch nochmal Wood. Und Kuhkacke. Das ist sogar Menschenkacke. Ja, die hab ich da mal reingelegt. Damit's schön gut riecht. Oh. Ich bin überladen und kann mich nicht mehr bewegen. Aber gut, dann crafte ich jetzt schnell mal... Alter, immer noch nicht? Was brauche ich noch? Noch mehr Steine. Ja. Waren hier noch irgendwo Steine drin? Äh, ja. Ganz viele. Im Haus. Ja, toll. Kannst du die vielleicht kurz holen? Äh, ja. Wenn ich mich ganz schnell entleert habe. Weil ich kann mich grad nicht mehr... Nicht mehr nach vorne und nicht nach... Aber hier sind auch Steine. Brauchst nicht. Ah, okay. So. Irgendwie konnte man doch splitten. Ach so. Mit Umschalt gedrückt halten. Echt? Und dann macht er was? Ja, du kannst mit Umschalt gedrückt halten, dann über das Item und das dann woanders hin schieben. Dann splittet er das in zwei Teile. Korrekt. Oder mit Steuerung kannst du einzeln. Alter, 25 Steine brauche ich für ein Rohr. Alter. Und ich bin... Wie macht man denn aus Steinen ein Stahlrohr? Ja, das ist glaube ich kein Stahlrohr. Boah, das ist einfach nur ein Steinrohr. Also da ist ein Stein aufgehöhlt. Ja, gut. Alles klar. Geht natürlich auch. Kann ich jetzt wieder laufen? Doch, ich kann laufen. Wo hau ich denn unser Beet hin? Hier so neben das Haus? Gute Frage. Vielleicht auf einer geraderen Fläche? Meinst du, so öffentlich hier irgendwo hin? Ja, vielleicht hier so. Wo kein Gras ist. Ja. Genau. Damit man es besser sieht. Vielleicht. Jo, warte. Was macht eigentlich der Joe? Der guckt die ganze Zeit auf seinen Arm. Ganz fasziniert. Ich habe mir auch mal Speer gebaut. So, da hauen wir hier mal die Dings hin. Ich bin mal gespannt. Habe ich selber noch nie gebaut. So, mal gerade so. Oh, wie süß. Warte, ich habe noch eins. Ich habe extra zwei gemacht, damit ich... Aber mich würde wundern, äh, interessieren. Wir haben auf jeden Fall auch Samen. Oh, das brauchen wir noch Wasser. Eieieiei. Warte mal, Wasser können wir doch draufschütten, oder? Nee, der trinkt nur dann. Ah, nee, da musst du vielleicht die Wasserflasche... Ach, du musst... Ja, ich habe sie jetzt reingepackt. Mal gucken, ob da was passiert. Nee, 0 von 200. Ja, oder wir brauchen dafür eben dann die Wasserleitung. Moment, ich habe ja eine, aber... Ich habe mein Wasser getrunken. Ich auch. Ja, ich habe es reingepackt, aber... Ähm, da passiert irgendwie nichts. Iiii, ist das eklig. Hä, was denn? Ich habe jetzt einfach so ein Rohr. Jetzt gehe ich mal mit dem Rohr zum Wasser, ob man das dann... Vielleicht sollten wir die lieber... Wasser nah bauen. Ja, ich glaube auch. Warte mal, mach die nochmal ab. Sieht so lustig aus, wie du die ganze Zeit in Zeitlupe läufst. Mit den fetten Armen und den dünnen Beinchen. Oh, nee, der hat das jetzt kaputt gemacht, oder? Ja, aber ich habe Sachen wiederbekommen. Ah, okay. Aber nicht alle. Das ist leider das Problem. Haben jetzt ein bisschen, äh, Ressourcen verschwendet, aber egal. Ist so schlimm. Aber muss das ja mal ausprobieren? Alter, jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen. Was, 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 was würde das eigentlich? Soll ich dir irgendwas abnehmen? Na, die Steine hier wahrscheinlich. Ich glaube, deine Füße limitieren, ne? Da kannst du dann, äh... Ja, so Bärm und so anbauen. Rrrrrrrrrrrr. Läuft so langsam. Und ich drück, und ich drück schon schnell rennen, aber das macht irgendwie keinen Unterschied. Ja, ich sammle erst mal ein paar Bärchen. Voll krass, wie alles von mir grad volles Trinken und Essen, Ausdauer, Energie und vollbepackt. Voll bepackt mit tollen Sachen, die das liebe Schöne machen Ich hab nur drauf gewartet Hinein ins Dino-Feeling Ähm, ja Bin gleich da Alter, wie da oben die XP-Punkte steigen Weil ihr farmt unseren Quark Quark? Ich farme gerade Hier diese roten Äh, Quatsch-schwarzen Perlen Hätte ich fast gesagt Na, womit man einen ummächtig machen kann Ich versuch doch jetzt, hier dieses Zeug zu kraften Na, Mirtle? Jetzt hau ich die einfach mal dahin Och, jetzt kann ich wieder keine machen Ich brauch 50 Steine Alter, okay Hier sind 33 gerade drin So, was brauch ich jetzt dafür? Abbauen, glaub ich Na, eigentlich haben wir genug, aber Achso Fünf Äh, einmal so ein verschimmeltes Teil Und Meat Okay Also ich brauch noch eine So eine schwarze Frucht Also es ist Narko-Berry Ah, hier kann ich das also hinmachen Na, baut er jetzt gerade Was ist da hoch, Alter? Ach, da seid ihr Gucken, wie weit das reicht Ach, du kannst das Einmal setzen und dann Langziehen, oder was? Nee Ich setze das jetzt ja einfach mal hin Keine Ahnung, wie das funktioniert Oh, lol Das sieht ja lustig Aus Steinen Wie geil ist das, Sam? Habt ihr jetzt Holz Äh, Steine geholt? Ähm Nein Oh, sorry Du hast das verloren Wo ist das? Hä? Ich seh's nicht Na, egal Oh, ich verhunger mich So Ich schmeiß dir mal 33 Steine hin So, reicht erstmal für ein Beet Diesmal teste ich erstmal nur eins Ob das diesmal geht Vielleicht reicht es ja auch auf diesem Ähm Nassen Boden hier Guck mal, der Strand ist ja so ein bisschen nass Das einfach da drauf zu stellen Probier's mal Die 4 Und dann Boah, das sieht ja richtig technologisch schon aus hier Ja, Wasser Null Alles klar Ja gut, dann können wir einfach das Rohr einmal länger machen, ne? Not fertilized Not seeded Ja, wir haben keine Saat drauf, wir haben keinen Dünger drauf und kein Wasser Die Kacke, die wir einsammeln Ja Hast du denn, äh Warte mal Ich, hab ich nicht gerade meine Scheiße aufgesammelt? Ne, du hast sie hier nicht gefunden Hat irgendjemand von euch die eingesammelt? Ne Warte mal, ich kann aber welche machen, warte? Oh ja Oh man Auf Z könnt ihr kacken Ja, ja, das weiß ich Äh, ich, ich pack die jetzt mal da rein Äh, ist schon eklig, dass ich deine gerade angefasst habe So, jetzt haben wir da tausend Ähm, Dünger Wie hast du denn das reingemacht? Einfach reingelegt Und die kannst du auch mischen mit, äh Fiber und dann, äh Hat das noch mehr Wert oder so ein Quark Okay So, jetzt vielleicht hier So, haben wir Seeds? Habt ihr irgendwo Seeds? Aber da Wasser hat sie jetzt trotzdem Na, Wasser, äh Samen sind im Haus Ja, dann hole ich die Bleib du mal mit deinem langsamen Arsch da Dann hole ich das eben schnell Ein bisschen schneller ist er schon Äh, kannst du denn jetzt noch ein Rohr bauen Oder hast du da jemals noch nicht für? Moment, ich brauche für noch ein Rohr Oh, mein Fleisch wird schlecht Wir gehen jetzt erstmal ein Rohr verlegen, ne? Ne Rohr Ich brauche für noch ein Rohr brauche ich 25 Ich brauche jedes Mal 25 Steine für ein Rohr Äh, hat das gerade nicht gereicht, was ich dir gegeben habe? Na, das war für das, für das Feld Achso Du hast früher noch gesagt, wir sollen die ganzen Steine wegschmeißen Ist ja nicht, dass wir uns so schnell, äh Ach, hier haben wir das Steine Entwickeln Ja, wir gehen langsam von der Steinzeit in die Äh, Renaissance, ne? Nein, Quatsch, in die Kupferzeit So, hier haben wir Seeds Aber wie cool das aussieht, weil das auch so aus dem Boden rauskommt und so Sieht aus wie gewollt Kannst du denn auch Kogen und so da rein machen? Was kannst du? Also, dass du das, in das Rohr hier, dass es da direkt zum Feld geht, oder? Na, das Problem ist, geht mal, äh, auf Inventar und dann auf, wo du die Punkte verteilen kannst, da rechts über deinen Sachen Ja Ja Und dann runterscrollen und dann so in die Eins, zwei, drei, vier, fünfte Reihe Ganz rechts Das sind drei Stück Ich weiß aber nicht genau, äh Warte mal, da steht Wisst ihr jetzt, was ich meine? Wo ich meine? Ja, aber ich kann das noch nicht sehen, weil ich noch nicht da beziehen kann Ja, mich auch nicht Mir ist das alles noch so schwarz und da Hoppala Abgegraut Verstehe den Unterschied nicht Ach, jetzt brauche ich die wahrscheinlich, dann, um das zu verlängern Straight und das hier Genau, da, hier kommt es aus dem Boden raus Und das hier geht dann straight geradeaus Und das hier ist ein Verteiler, glaube ich Alter, man kann einen Per, äh, 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 Fallschirm bauen Jo Krass ist das denn? Aber ich brauche, er kann erst mit Level Mit ne, mit nem nächsten Level Das Rohr verlängern Also ich bin jetzt Level 6 gerade geworden Oder, ne, ich, egal Ich bin auf jeden Fall Level Up Ähm, und kann jetzt wieder was hochskillen Nur ich weiß jetzt nicht, was Ähm Ja, das Ding ist, wie gesagt, du hast ja, bist ja noch Ein paar Level unter mir und diese Sachen habe ich alle schon Also ist jetzt eigentlich egal Ne, ich meine jetzt die, äh, Health und sowas Achso Die Attribute Also ich habe auf jeden Fall auch Gewicht gemacht, weil Tragen und so Oh ja, das ist eine gute Idee Das mache ich auch mal So Ist jetzt eigentlich meine Wasser, äh, meine Wasserflasche weg? Ne, die ist doch da, aber die ist nicht gefüllt, warum nicht? Hast du die Blutextraktion schon? Ne Dann mache ich die mal Die kannst du machen, ja Die habe ich nicht verstanden, also weiß ich auch nicht, was man damit, äh, machen soll So, und dann könnte ich ja noch Ne Flagge, ne, haben wir schon, ne? Denk mal, weil hier echt das Rohr noch nicht dahin geht, zu dem, äh, Feld Habt ihr schon ne Flagge, dass ihr die craften könnt? Ne, noch nicht Ich auch nicht Ich überlege gerade, ob ich die lerne oder meine Punkte lieber aufbewahre für später Ich glaube, ich lasse es erstmal, weil so dringend brauchen wir ja so ne Flagge hier nicht Ich meine, wir wissen ja, dass wir hier wohnen Bin so vollgepackt, das geht gar nicht Ah, jetzt bin ich Level 7, okay Oh, wird das schon wieder dunkel? Aha Ah, leider Also gefühlt ist die Nacht auch lang, ne? Ja So, jetzt gucken wir mal, ich hab auf jeden Fall noch ne Kiste Die hatte ich ja bekommen von diesem Strahl Ey, das ist aber cool, dann kommt der nächste Strahl bald Ähm, wie ist denn das jetzt, äh, wird das schon mit Wasser versorgt? Ne, noch nicht Was brauchst du denn jetzt für das Rohr noch? Na, äh, neues Level Ah, okay Weil das, was ich mir gekauft hab, ist einfach nur, dass es aus dem Boden rauskommt Und dann muss ich, für die nächsten drei Punkte kann ich mir dann ne gerade Strecke, äh, craften sozusagen, freischalten Ah, man kann immer nur eine Variante von Seeds reinpacken, ne? Genau Ähm, aber ich muss mal mein Fleisch hier schnell braten Ja, wir müssen, glaub ich, gleich mal ein bisschen Fleisch sammeln noch, weil Ich hab jetzt nur noch zwei Und dann, äh, ja, sieht's schon wieder mager aus Na, was sammelt der hier nicht? So, jetzt So, jetzt So, jetzt So, jetzt